Deswegen, mein lieber Bruder und Schwester, wie viele Sünden machen wir am Tag und wir vergessen diese Sünden. Wie viel und wie oft machen wir Sünden. Und die Schlimmste, meine Bruder, die Schlimmste, wenn wir diese Sünden vergessen, dann kommt die Strafe ganz gewaltig, mein Bruder. Wallahi. Und weißt du was die gewaltige Strafe? Dass du dein Herz nicht mehr findest. Du siehst einen Bruder, der steht zum Gebiet und eine Schwester. Allahu Akbar. Er schmeißt die ganze Dunja hinterm Rücken. Allah ist der Größte. Größer als diese Dunja, als deine Sorgen, als alles. Allahu Akbar. Er rezitiert, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Auf einmal sein Herz dreht. Wallahi. Dann findet sein Herz nicht mehr. Durch was? Durch die Sünden, Bruder. Bewunder dich nicht, wenn du kein Khushur hast. Wallahi, mein lieber Bruder. Wallahi. Du siehst einen Bruder, Maschallallahu, Tabarakallah. Er hat, wenn er mit seiner Geschwister, er ist ein Imam, Subhanallah Al-Azim. Ein perfekter Mensch ist. Er fürchte Allah und alles. Aber wenn er jetzt alleine ist, dann handelt es ganz anders. Ja, daakir al-Azhab. Komm mutadibad. Ja, daakir al-Azhab. Ja, daakir al-Azhab.